Einmal, na, bekomme ich da meine 600 Pfund, da ist das Zeug, hier kann ich das Schiff aufrüsten, verkaufen, Frachtbeute und zwar Tabak, bestätigen, Tabak verkauft, okay, nö, 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 nö. Stärken, eh, brauch ich nicht. Stauraum für Kugeln, 50 Steine. Das kann man ja nehmen Ich habe ja genug Stein Aber den Rest Den Rest habe ich halt nicht Panzerung des Beirots 50 Stein Stärke der Pool 30 Stein Nehme ich mal ein bisschen Harpune mit So Jetzt fehlt hier noch Was die Flotte macht Und die Seekampagne Ja Neues gekapertes Schiff Tempo, Feuer, Kraft, Frachtraum Zu meiner Flotte zufügen Wunderschön Wunderschön Sammelobjekte erhalten Gut Rute sichern Ist Y Schlacht beginnen Kann ich das nicht einfach überschritten Ja Zack Schön Alles weg Ist okay Gut Das Ding Schlacht beginnen Ja Schlacht überstehen Bestätigen Ja Schön Risiko Sicher Weiterschön So Ähm Mission wählen Akku mal Einmal Alle bitte reparieren Zack Reparieren Und reparieren So So Du machst Bitte das Ding Nein Abbrechen Du machst Du machst Rute sichern Flacht beginn Flacht über Ja Komm Alles okay Neuer Status Weiterspielen Ähm Mission wählen Nehmen wir mal die kleine Duke Wunderschön Oh dann Rute sichern Schlacht beginn Ah Schlacht über Komm schon Meine Lieben Ich weiß noch nicht mal Ob ich es rausschneiden möchte Man muss ja auch Sehen Was hier so Scheiße dran ist So Ich kann hier noch nicht mal Missionen Für machen Was schade ist Hm Ach egal Bestätigen So gut Ab zum nächsten Auftrag Geht es So Mhm Gut dann Machen wir jetzt Ne Runde Segeltour Würde ich sagen War vorher Soll ich es versuchen Ach komm Mh Mh Jo Muss ich dafür überhaupt fahren Okay Ich muss drehen Sich wappnen X halten Mh Okay Gut Gut Mh Schön wie so manche Sachen Aufpoppen Aufpoppen Muss ich sagen Das ist äh Immer schön Wenn sowas passiert Äh wie konnte man nochmal die Mörser benutzen Nein 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 Das muss ich jetzt hier machen ich muss jetzt hier so arbeiten im ja Ah! Stop, you! Oh, Gott, will be sleeping. Ah! Grenade! Ah! Upp! Come down from there, you baboon! You can't slip away from us, you mangy dog! Jake! Grenade on the way! Come on! Ah! 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 Geht doch! So! Äh... Splittergranate! ... 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 Nein, ich wollte eigentlich da drauf und hier weit. So. Aua. Aua. Hm hm hm. Aua. Aua. Hey. Ich habe mich durchgeschnitten. Brauche ich nur noch. Den Bandenführer, ne? Ich müsste dir... Boah, näh, ne? So. Damit haben wir das Lager. Würde ich einfach mal sagen. Eingenommen. Wunderschön. Jetzt habe ich mir eine eigene Markierung gesetzt. Dumm gelaufen. Egal. Na? Wo ist meine eigene Markierung hin? Weg damit. So, jetzt müssen wir ab zum Schiff. Damit wir nicht noch mehr Zeit verplempern. Das war ja schon ein ganzes Weile. Eine ganze Menge Zeit. Hierfür draufgegangen ist. Ja, das heißt aber jetzt. Ich könnte jetzt zum Schiffsbauer gehen. Aber ich habe ja nichts, was ich benutzen kann für den Schiffsbauer. Hm. Dann müsste noch ein paar Lockete entern. Würde ich mal sagen. Um diesen wunderschönen Kahn etwas aufzumöbeln. Das werden wir auch noch hinbekommen. So. Einfach mal nach... da fahren. Würde ich mal sagen. Und zwar mit Reisegeschwindigkeit. Mit Mopsgeschwindigkeit. Mit Mopsgeschwindigkeit.